Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Paintball! Mit dabei ist die Rhea! Hallo! Die Shani! The Blazey! Ich möchte bitte mit Sir angeredet werden! Sir Blazey! Jawoll! Wo ist Miffy? Und? Wo ist er denn? Hallo! Da! Steven! Genau! Irgendwie steht mein Mikrofon trotzdem scheiße hier noch! Miffy, wo bist du? Ich seh dich nicht! So, jetzt ist es besser! Hoffe ich! Hallo! Hallo! In vier Sekunden geht's los! Wir sind Team Weiß und kämpfen gegen Team Purple! Warte, warte, warte! Und los geht's! Andy ein Skin bei mir! Gegen Team Purple! Ja, Gott sei Dank! Team Babyland, es ist alles rosa und blau! Ach ein Schande! Das weiß ich genau, es ist super hellblau! Yes! Da gehen welche über links und rechts hoch, was machen die da? Jupp! Wir fighten hier oben! Ich hab' einen Kill! Ich hab' nur einen Kill! Ich auch! Ich hab' einen Doppelkill! Oh, ich wurde gekillt, verdammt! Ich hab' mich so weit angeschlichen gehabt! Was macht denn der Purple hier? Was macht 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 der Purple hier? Okay, eins weg! Ich hab' einen Spawn gekillt hier! Kann er gar nicht, oder? Hallo Miffy, bin hinter dir! Oder vor dir! Team White Team White Wir liegen hinten! Ja, ich auch! Wo kommt der denn her, ey? Bieb-Blob! Bob! Keine Ahnung, da oben rennt er! Ja, den hab' ich! Okay! Den hab' ich nicht! Mist! Ich renn' einfach durch die Mitte! Ich aber! Aber bin auch gestorben! Wir haben uns gegenseitig abgeschossen! Ahh! Manchmal trifft man die einfach nicht, ne? Ich hab' einen! Und ich hab' noch keine Kills bisher! Was ist denn hier los? Ach! Ich hab' drei! Ja, ich hab' einen Kill! Mal gleich Leben kaufen! Ich schwimme durch den Fluss! Der Fluss schwimmt unter mir! Das Geräusch ist gruselig! Hier hat einer gekämmt! Vor unserem Spawnausgang! Ich weiß! Frecher, ey! Wir liegen zehn hinten! 13! Mein Gott! Wir sollten mal anfangen, Leben zu kaufen! Die alte Taktik! Ich brauch' noch zwei Kills! Dafür! Ja, klar! Mist, klar! Du hast vier Kills! Ich hab' erst drei! Ja, ich hab' auch vier! Wir werden verlieren! Nicht so pessimistisch! Jetzt hab' ich vier Kills! Jetzt räum' Steven auf! Ich hab' fünf Kills! Steven! 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 Ich geh' mit meinen Steven! Mein Steven geht mit mir! Der fünf Kills! Ich kann' Leben kaufen! Nein! Yes! Oh, ich hab' auch mal Leben gekauft! Ja, wir sind fast wieder gleich auf! Das ist gut! Ich hab' mir dabei acht Kills! Nice! Ah, nein! Ah, ich hab' mir auch gekillt! Hallo! Ich hab' einen Einsteber geworfen gekillt! Sehr geil! Ja, ich hatte wieder Doppel! Ich kauf' mir das Leben! Das liegt doch einer! Ja! Ah, fuck! Entschuldigung! Diese Folge wird erst ab, äh, 22 Uhr freigeschaltet! Äh, scheiße! Verdammt! Goddammit! Wir verlieren trotzdem! Obwohl wir Leben kaufen! Was ist los? Ja! Entschuldigung! Ich kann die Treppe hoch! Da stand einer! Ja, geh doch nicht! Dann geh' unten her! Ja, mach' ich auch! Der hat mich getroffen! Das ist schlecht! Ja! Das ist sehr schlecht! Ja! Das ist sehr schlecht! Das ist sehr schlecht! Ja, Triple Kill! Jawohl! Neben sind wir immer noch ein bisschen weiter hinten! Aber das geht gleich! Einen muss ich noch können! Ja, ich kauf' mal eben welche! Ja, das ist gut! Wir können eh' nichts anderes kaufen! Oh, was sinnvoll wäre! Von daher! Yes! Mein 10er Kill! Ich kann wieder leicht lieber Leben kaufen! Ach, verdammt! Keiner spricht! Das ist Konzentration pur! Jetzt sind wir konzentriert hier! Konzentration! Boah, wie viele Kills ich jetzt gerade kriegt habe! Jetzt hab' ich schon... Na ja, leider noch neun Points! Der Server laggt schon wieder! Quatsch! Ach, jetzt! Ich hab' gerade... Ich steh' gerade vis-à-vis vor allem von den Pinken und hau' da Schneewelle drauf und der stirbt nicht! Ah, dann leckt er vielleicht! Boah, 16 Kills! Oh nein! Wir sind bei 14! Kauf Leben! Bei 6! Kauf Leben! Wir brauchen Leben! Die haben noch immer viel mehr Leben als wir! Jo, ich kauf' neu! Sehr gut! Dann sind wir wieder vorne! Wenn einer kommt, macht er gleich Doppelkill mit uns! Nein! Der hat mich gekillt! Verdammt! Verdammt! Erwischt dich auch! Ich hab' leider auch nicht erwischt! Ja! Ah! Wir führen noch, weil irgendeiner blaze auf dem Blaze wahrscheinlich! Erwischt! Ich bin auch noch am... Nein! Sehr gut! Oh, da komm' ich von oben hier ganz schön viel jetzt! Boah, es klappt 33 zu 30! Wir führen ganz knapp nur! Ganz, ganz knapp! Haha! Der kam um die Ecke und ich hab' wieder umgeschossen! Karpin abgelenkt! So! Nummer 13! Ich hab' Leben gekauft! Sehr gut! Wir gewinnen, weil wir einfach nur Leben kaufen! Ich überrasch' jetzt einen! Nummer 14! Doppelkill! Ich hab' zwei Schneebel gekauft! Ohne, dass ich jemanden gesehen habe! Zack! Doppelkill! Sehr schön! Oh, jetzt sind wir hier vorne! Da kann man die gut abschießen! Da unten, wenn die kommen! Gibt's denn Kills! Juhu! Fuck! Und nochmal drei Legen gekauft! Sehr gut! Dann haben wir ja wenigstens genug! Ich hab' einen von hier oben abgeschossen! Ja, da kann man schön draufschießen, wenn die da rauskommen! Oh, ich bin ja auch tot! Verdammt! Ich hab' 18 Kills! Ne, was hab' ich ja doch? 18 Kills! Wir brauchen mehr Leben! Achter euch! Oh, die kaufen sich auch Leben! Die Schweine, die kaufen sich Leben! Ah! Ich hab' mich abgeschossen! Wir brauchen auch einen Kill für Leben kaufen! Ja, ich brauch' zwei um Leben zu kaufen! Ja, ich brauch' auch einen! Hm, 20! Nein, wir liegen unten! Wir liegen hinter! Wir liegen hinter! Geh zurück und kauf' Leben! Ich hab' gerade welche gekauft! Ah! 18, 10! Okay! Ich brauch' zwei Kills um Leben zu kaufen! Nein! Wir verlieren gleich! Wir verlieren! Wir verlieren! Kauf' Leben! Kauf' Leben! Ich brauch' einen! Mir fehlt ein Kill! Wir haben verloren! Ich hab' 22 Kills gemacht! Nein! Ich hab' 18! Immerhin! Na ja! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!